Die Pizza Lamia Grande ist groß, sogar weit über den Tellerrand hinaus. Der Teig extra dünn und handsgeformt. Darauf natürlich Mozzarella. Und wenn Salami? Calabresa. Alles für eine Pizza wie aus deiner Lieblingspizzeria. So dünn, so knusprig, da verneigt sich sogar der Boden. Schmeckt großartig. Und so heißt sie ja auch. Lamia Grande. Neu von Dr. Oetker. Untertitelung des ZDF, 2020